weiter geht's mit unserer reihe hellblade 2 den ua saga hier haben wir im letzten video aufgehört und laufen jetzt weiter wir haben hier jetzt einen neuen kollegen gespannt was uns zu sagen hat im letzten video haben wir auch gegen diese traurige gekämpft war echt nice hat sogar vorher gespuckt was ganz neues im letzten teil gab es glaube ich nur vier oder fünf verschiedene arten von monstern beziehungsweise gegnern muss die ganzen bosse hier haben wir auf jeden fall mehr auswahl das sieht spannender aber nicht sicherlich du gesehen hast du schon? sie haben keine Hoffnung zu meinem kosten zu jeder kosten sie hauen diese land von hier zu meinem Village in Red Hills wenn wir mit ihm gehen wird sie finden wir wir finden sie vielleicht kannst du sie finden sie so ich frage mich eigentlich müsste in jedem Bereich ein Versteck sein weil 17 von diesen kleinen Bäumchen habe ich ja gesehen gehabt und ich denke deswegen dass wir an verschiedenen Stellen diese Bäume finden können aber naja wir laufen erstmal in dieses Dörfchen und dann schauen wir weiter also du aus Orknair aus so wie hierher kamst du? als Slaver als Slaver ich habe den Slavermeister da oben dort er hat dich hier der Slavermeister der Slaver vielleicht er es gelten ich weiß nicht dass er sein muss ich nicht fragte ihn der Slavermeister Thorkester der Slavermeister wir müssen dort gehen er weiß er weiß du weiß du weiß? kannst du mir sagen wie zu kommen da ja aber warum würde du da gehen da ich werde dich töten we müssen da gehen wir müssen da gehen nicht schaukeln nicht zu sein er kann er kann dir helfen er kann dir zeigen du kannst du das du kannst was der Name Thorkester woher sind die Gäste wie eine schreckliche Sache das ist ich habe immer noch angefangen oder? ja 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 das ist die Brücke ok ich glaubte mit der Zeit das ist eine andere Wicke oder? er wünschte das aber er glaubte es nicht er hat keine Hoffnung diese Kinder schmerz schmerz glösser mit jedem Tag der passen er fragt er fragt er fragte nichts er fragte sie kann nicht helfen sie hat eine Mission lass sie denken doch wir haben hier gestartet krass einmal im Kreis gelaufen anscheinend er ist noch da still alive was sollst du tun Senua du wirst was sollst wir brauchen nicht mehr was sollst du über ihn darf ich selbst entscheiden nein ne was sollst du was sollst du was sollst du Drogel oder einfach schmerz nicht nicht wenn Drogel ihn er hat wird nichts mehr als er verdient er hat sie 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 wenn sie 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 n na ein Riese krass wie sollen wir es bekämpfen das hört sich gut an und sterblich wow was für ein Bild so nice aus wow ein seltsamer Mann ein Krüppel und ich supertrio auf jeden Fall so Töger stößt meine Settlement, wenn die Nacht fällt. Sie schraubt unsere Fähigkeiten und tönt die kleine Lebensstöcke, die wir haben. Wir sterben. Warum nicht du weg? Wir haben versucht. Sie haben verloren. Es ist egal, wie weit wir bei der Nacht, als die Nacht fällt, sie holen uns. Und unsere Kinder hier, die Menschen zu schwer zu gehen, sind sie verletzt. Ich frage mich ob wir wie im letzten Teil wieder so drei Bereiche haben werden beziehungsweise zwei Bereiche, zwei Bosse und es dann weitergehen wird oder ist unsere Mission schon klar dass wir diesen Riesen besiegen müssen Oh ja, eine Sekunde benutzen wir welche, ausblenden hier, das Ding, oder? Das sieht geil aus Das sieht brutal aus das benutzen wir für das Video dann so, raus aus dem Foto-Bonus das we offert you the chance there is no honor in the path you've chosen say that again, old man and I'll gut you like a fish Torgester have a look around you have a thought as to who your real enemy is Oh ja, ich hab Bock drauf Keine Hände, das hört sich gut an Aber wo? Und dann, das Pulse quickens. Sie fühlt es jetzt. A Tremor auf der Haut. A Being taking shape. Something is coming. Was ist es? Riesen von der Erde. Er weiß. Er kann es auch. Kannst du es? Kannst du es? Kannst du es? Sie bringt die Rache. Hast du das? Sie ist gekommen. Sie ist gekommen. Ildoiger. Sie hat sie verletzt und sie wird sie verletzt wieder. Er weiß. Ja. Da kommt drauf hin. Das ist hier. Ich möchte gerne diesen Riesen einmal sehen. Oh. Wir rennen. Schnell weg. Über. Na links. Also hinterher schauen geht grad nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rechts hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lama fließt einfach. Come on Ich bin jetzt Oh mein Gott, da ist es Wie soll man sich bewegen? Ja Alter, das tut ihm ja bestimmt auch weh, oder ihr? Shit Sieht aus wie die Senua im letzten Teil Genau dieselben Augen Oha Alter Junge, was sind das für Bilder? Da ist das und Greta Du bist noch nicht sicher Du bist noch nicht sicher Wo sind wir? Mach ihn erklären Was passiert? Miltäuga Wer sieht Ich bin jetzt Ich bin jetzt Was bedeutet das? Er sagt sie, Thorgester. Ich will sie sagen, was dein Vater macht? Was ist das noch zu tun, Fagrimer? Wir haben einen Weg gefunden, um unsere Menschen sicherzustellen. Er ist ein Teil davon, er glaubt das. Sie sind sterben. Er sagt uns, wir sagen uns. Was machen sie? Borkervirke ist die Schlag. Schlag aus der Lande. Die Schlag. Die Schlag. Er sagt uns, dass seine Menschen erheblich sind. Er sagt uns, die Menschen inocente. Er ist ein Monster. Er ist ein Monster. Du kannst nicht allein gegen uns stehen. Du hast keine Ahnung. Er sieht nicht, aber er kann sehen. Er ist ein Monster. Wir können ihm zeigen, er ist ein Monster. Es gibt eine andere Art. Er hat sich immer eine andere Art. Wieso nicht? Wir möchten aber. Wieso nicht? Wir möchten aber. Wieso ist das? Nein. Es gibt keinen Weg. Er ist richtig. Wir können nicht den Giants töten. Die Götter können nicht töten. Du kannst nicht. Du verdienst das. Was? Warum kamst du hier, Senua? Um die Schlag. Um die Schlag. Ich dachte, dass du ihnen helfen würdest. Und jetzt bist du entfernt. Bleib. Du kannst sie nicht stoppen. Du kannst die Giants töten. Was? Hat besser zu diesem Spiel gepasst. Jetzt ist sie zu hübsch für das Spiel, finde ich. Ich werde den Giants töten. So, let's go. Was machen wir? Interessante Story auf jeden Fall. Gefällt mir bisher sehr gut. Was? What the fuck? Äh. Was kann ich denn machen? Okay, kann ich nicht durch. Ich will nicht. Du Tomaten im Kopf. Hier ist doch bestimmt jetzt was. Nein. Jetzt machen wir mal kurz gucken. Okay, jetzt ist hier nichts. Hier mit dem Feuer. Okay. Schade. Mit der sein können. Links oder rechts? Hier sind wir doch gekommen. Ich bin verwirrt. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich oben irgendwas vergessen? Scheinend. Wir haben oben etwas vergessen. Weil hier geht es nicht weiter. Hier haben wir gestartet. Ja, wir haben oben was vergessen. Komm. Junge, Junge, Junge. Voll unnötig. Eine Runde gemacht. Das haben wir aber vergessen. Wir müssen. Irgendwas hab ich denn mit dem Licht. Irgendwas hab ich denn mit dem Licht. Irgendwas hab ich denn mit dem Licht. Irgendwas ist hier doch. Würde ich machen. Nicht irgendwas damit machen. Ja. Okay, Fackel mitgenommen. Jetzt aber. Und? Und? Ja, weil. Geht es weiter? Da geht es aber auch weiter. Oh, drei Wege. Fangen wir hier lang ganz links an. Oha. Was? Das wäre der falsche Weg auf jeden Fall. Also das war falsch. Gehen wir hier mal bitte durch. Das ist schon mal besser aus. Schauen wir uns aber mal auch ganz rechts rum. Okay, wenn es rot ist, heißt es falsch. Das sieht aus wie im Bereich, wo man kämpfen wird. Ja, 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 ja. Okay. Also klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Was ist das für eine Stärke wieder? Das ist das für eine Stärke. Aber es gibt keinen Fall. Oh mein Gott. Bist das für eine Stärke wieder Jabba. Ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht. Das ist das für eine Stärke. Das ist das für eine Stärke. Beeb. Jetzt. heiße soll es einmal abwehren hat aber nicht funktioniert eine Sekunde da weiter gehts du Drecksack Äh, in welche Richtung? Links, rechts? Gehen wir mal links rum. Ah, die Fakkel. Die Fakkel. Komm her. So, wie gesagt, links rum. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Keine Falle auf jeden Fall. Sehr nice. Oh mein Gott. Und der Licht ist weg. Wir haben ja wieder Licht. Zack. Oh mein Gott. Ich will auch... Ich will auch mit meinem Fuß schlagen können. Oh ja. Nee, 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 nee. Sind wir down? Können wir ausweichen noch? Yes. Du Drecksack. Hast mich versucht zu töten. Oh mein Gott. Jetzt sind wir's gut, oder? Ja. Jetzt sind wir's gut, definitiv. Ich würde gerne mal neuer Attacke starten, aber... Ich glaube, den kann man auch nicht abwehren. Das ist halt mein Problem, ne? Okay, Spiegel. Und gib ihm. Ja, boah. So läuft das. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Give him. Und bam. Ciao. Kämpfe machen so Bock, Leute. Kämpfe machen so Bock. Eine Sekunde. So. Malin Ferischetzen. Drecksack. Ciao. Woher macht? Senua. You just have to submit to me. Let me move you. Shape you. Sehr schön. Wo ist unsere Fackel da unten? Be my daughter again. Oh. Nee, möchten wir nicht. Kein Bock. Lass mal hier bis zum Feuer machen. Geht das? Yes, geht. Was ist hiermit? Können wir hier auch Feuer machen? Nee. Okay. Geh mal hier durch. Das ist, glaube ich, falsch. Lass mal hier durch. Rot ist, glaube ich, falsch. Okay, dann lass mal dahinter. Gibt's auch einen Weg? Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Es ist gut aus. Es ist Zeit, Kinder. Geh das Land. Nein. Was du getan hast mir, ich sehe es hier. Sie sind wie ich war. Sie sind wie ich war. Sie sind wie ich war. Ich glaube nicht mal, was hier wird. In jedem Fall sehr interessant aus. Ich komme hier aber nicht durch. Vielleicht? Auch nicht. Okay, irgendwas müsst ihr hier machen, Leute. Was? Durch vielleicht? Einfach anzünden? Wir müssen uns schlussieren unsere Schmerzen mit dem Schmerzen. Es ist die Weg, die ihr Leben. Deine Mutter schlussiert und mit dem Schmerzen. Und die Menschen schlussieren. Until you came back, bringing sin with you. The gods cannot be killed. All we can do is placate them. Slate their thirst with blood and fire. I see through your darkness now. I see through your lies. And I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. I will destroy them. I have found no lies. The darkness. I told you there was no way out. That the gods ruled you. But you fought back. You were strong. Maybe you can fight back now. She can fight back. She can. Maybe there is a way to pull through. There is always a way to pull through the darkness. The darkness. To kill the giants. She will find a way. She is strong. More powerful. She is stronger than this. She can kill their gods. She knows the truth. She sees it now. Tell it. You are wrong, Fagremer. The giants, they can be killed. There is a way. I'm not sure I believe that. But I think if anyone can find a way, it's you. He knows we are special. Before, when I rescued you. He understands you. He said you were waiting for me. He felt us coming. But I've never met you. How can he see inside you? I knew someone would come. Somebody different. You are different. Somebody with the ability to look at the world and see what might be. You are special. Now what is? She's not special. And that is you. She's just like the others. No. She is special. I've seen you listening to the voices that we cannot hear. To the Varadir and Gandir. Voices? How does he know about us? You have the ability to see behind the veil. You are a Seedkona. A seer. Whether you know it yet or not. A seer? What is this he speaks of? Do you know, Senwa? Do you know this is you? I'll tell you. Where does she go when the sun is up? She brings suffering to everyone. A monster. She hides. Down there. Hiding. Waiting. Under the cover of the cliff. She's there most days. Just staying close. These people live in fear. Waiting for us to slip. Constant fear. They are waiting to die. You cannot approach her down there in the shadows. You don't stand a chance. And she won't come out until it's night. You have to do something. This is why you have been called here, Senwa. They shouldn't live in fear. He knows. Listen to him. Have you heard of the hidden folk? Hidden folk? The hidden folk? Yeah. Have you heard of them? The secret people. Powerful, aloof. Once they were gods or something like. But now they hide themselves in the earth. Even the giants steer clear. Oh. The giants fear them. They must hold the key to death. They hold the secret. Will they help us? Well. They have no love for man. Whatever ties we have are weaved from heartbreak and despair. Although I did consume their bitter bread. He has found them. Just once. So it is not impossible. If he can find them, you can find them. They will. They will. They will test you. We have been tested before. They might even try to kill you. But if you win their favor. We might die. Might give you what you seek. Where can I find them? They will give us what we seek. They will give us what we seek. They are dangerous. But they will help us. They will show you how to kill you. They will show you how to kill you. They will be more than the first one. So, this is what you want. The world should be more expensive than the first one. So, let's move on. Let's move on. And let's move on with us. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend, wir werden noch dahin laufen und dann schauen wir mal, wie lange es dauern wird, um dahin zu kommen. Wow, wie das auch sieht, wie das auch noch reflektiert, richtig schön. Hier ist dein Gesicht, hier, oh mein Gott, ich habe es gefunden. Jawohl, ist es Nummer zwei? Jetzt werden wir sehen, ob wir einige verpasst haben oder nicht. Was, ist es schon Nummer vier? Sogar fünf, oh mein Gott, ich habe drei verpasst. Interessant, aber egal. Ja, das ist halt, wenn man es sammeln möchte, dann ist es schön. Für das Spielerlebnis muss man es nicht sammeln, aber ich würde tatsächlich ein Video machen, in dem ich alle Standorte markieren werde. Für die Menschen, die sich dafür interessieren. Kommt aber alles danach. Erstmal spielen wir das durch. Was ist denn das? Äh, okay. Du lässt uns nicht durch. Wir haben die Axt. Hier ist was. What the fuck? Hä? Wo sind sie hier? Das muss bestimmt da rein. Aber was passiert dann? Okay. Ich bin durch, oder was? Aha. Wow. Ey, das sieht so brutal aus. Da ist es. Kann ich hier runter? Yes. Und... Ruf. Oh Gott. Da ist das Ding. Wow. Echt cool. Hier so schnell. Lauf nicht richtig. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Hier ist wieder ein Gesicht. Das müsste jetzt aber Nummer 6 sein, oder? Ja. Here, they know that if times are harsh, you may ask of the hidden folk to share their bounty. And if you are strong and wise and good, they may hear your plea and send you aid. But if you are not, or if you do not respect the strictures they laid out, you might have your strife doubled. Let's go. Ja, die Gesichter kann man schon entdecken Ich habe halt, keine Ahnung, ich habe nicht darauf geachtet, deswegen habe ich die einsteigend verpasst, aber man sieht die schon, also es ist nicht so dass die richtig krass versteckt sind, man sieht die schon irgendwie Was ist das hier? Okay, da kommen wir nicht durch Sieht auch ein bisschen aus wie ein Gesicht Wow Schon wieder eine Herausforderung Wieder ein Quest Aha Kann ich schon drauf drücken? Okay, gehen wir auf die Suche Komm ich hier durch? Nein, okay Auch, komm ich auch nicht Lass mal links rum Zack Ey, das ist so geil Ja Sehr weit anscheinend So, rein Äh, hier rein Yes Genau dahin müssen wir meine Ja Äh Komm ich hier hoch Es war doch hier irgendwo gewesen Wo ist denn es Ah, man kann es nochmal hier so markieren Um da noch etwas zu ändern, oder? Hier vielleicht Nee Jetzt Man muss es nur richtig markieren Äh, wie komme ich aber hier runter jetzt? Ah, ich muss nochmal das anklicken Okay, 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 okay Was ist das hier? Zack Zack Und jetzt können wir runter, oder? Yes Schon geil Schon geil Noch eins Okay, vielleicht Ich muss da rüber Das ist da oben Okay, okay, okay Das hier einmal Zack, dann dreht es sich bestimmt Jawohl Äh, wie komme ich aber runter? Das muss weg Kann ich da unten durch? Irgendwie, irgendwie Passt das nicht Eine Sekunde Kann ich da unten durch? Noch nicht Dann einmal das hier nochmal Hallo Zack Jawohl Boah, das könnte ein geiles Bild werden Eine Sekunde Möchte ein Bild haben So, warte Ich muss mal in diese Richtung schauen Senua So, passt Jetzt Äh, Fotobodos Wie kann ich es drehen? Ah, so geht das Geil Man kann hier alles drehen So, das sieht doch nice aus Schaut euch das an Jawohl Warte So So, noch rein So So sieht das nice aus Das ist genau mein Bild Genau das möchte ich haben Okay, raus mit uns She needs to prove it Before they let him in Prove to them Prove it to you Can you show them Senua? Show us Senua Jetzt bestimmt irgendwo noch ein Gesicht Was ich wieder verpasst habe Safe Safe, 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 safe Eine Sekunde Ich habe es gerade voll gefühlt Dass ich ausgelacht wurde von euch Weil ich ein Gesicht verpasst habe Aber hier ist echt nichts Okay, weiter Nö Okay Keine Gesichter mehr Da geht es hoch Wohin geht es hier? Ich finde es geil, dass die solche Orte markieren Damit wir es auch finden Da ist ein Gesicht Jawohl 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 Ich habe keins verpasst Ja, Mann In the lands of your birth And in these lands too They know that people can be taken by the secret fair ones If you are not careful And do not keep to the pathways You may find yourself among them Ich frage mich Was für einen Effekt das haben wird Also ich glaube Es wird gar keinen Effekt haben Weil im ersten Teil Hatten wir ja auch diese Sammelnobjekte gehabt Beziehungsweise diese Texte Die man freischalten konnte Und Es hat keinen Effekt gehabt Es ist einfach nur nice to have Vielleicht wenn man alle freischaltet Weiß ich nicht Werden wir sehen Okay, wir laufen noch weiter Und dann machen wir Zeitnah einen Cut Wir haben echt viel gemacht, Leute Oh, hier kann man durch Was gibt es aber da oben? Gibt es auch einen Weg? Zwei Wege Okay, es gibt zwei Wege, Leute Was ist das hier? Was ist denn das? Okay, und was ist da unten aber? Lass mal erstmal da hingehen Mehrere Wege, Leute Oh, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen Was ist das? Wow, wie viele ich verpasste habe Schaut euch das mal an Also es interessiert mich echt Sammelt ihr die? Wenn ihr wollt Hier ein Video dazu haben Wo die ganzen Standorte sind Ich würde das echt machen Ich würde das echt machen Wird natürlich ein paar Stunden dauern Aber hinbekommen Werde ich es auf jeden Fall Und ich glaube Dass wir hier gleich einen Cut machen werden, Leute Wie gesagt Wir haben, glaube ich, schon 40 Minuten voll gemacht Ja, 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 ja Gut Wir machen hier einen Cut, Leute Schaut euch die Ecke mal an Hier wird auf jeden Fall was passieren Habe ich das Gefühl Und im nächsten Video geht es weiter, Leute Danke fürs Zuschauen Ciao, ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020